Haben Sie sich jemals gefragt, was in einem Auto passiert, wenn man das Kupplungspedal betätigt? Oder warum man das Kupplungspedal drücken muss, bevor man in einem Auto mit Handschaltgetriebe den Gang wechselt? Dieses Video bietet Ihnen logische Antworten auf diese Fragen. Am Ende des Videos werden wir auch die entscheidende Rolle der Kupplung beim Anfahren am Berg verstehen. Um die Notwendigkeit einer Kupplung zu verstehen, müssen wir zunächst die Anatomie eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor verstehen. Verbrennungsmotoren haben einen sehr begrenzten Drehmomentverlauf. Aus diesem Grund benötigen Autos mit Verbrennungsmotoren ein Getriebesystem, um die Geschwindigkeit der Antriebsräder effizient zu variieren. Die Verwendung dieses Getriebes stellt sicher, dass der Motor in seinem optimalen Drehzahlbereich arbeitet. Durch Gangwechsel entsprechend den Fahrbedingungen hilft das Getriebe, die Drehzahl der Antriebsräder zu regeln. In einem Auto mit Handschaltgetriebe ist die Umsetzung dieser Schaltvorgänge keine leichte Aufgabe. Um mit einem manuellen Schaltgetriebe einen reibungslosen Gangwechsel zu erreichen, muss der Leistungsfluss zum Getriebe unterbrochen werden. Es ist jedoch nicht sinnvoll, den Motor nur für diesen Gangwechsel auszuschalten. Hierzu wird die Kupplung verwendet. Im Wesentlichen ist die Kupplung ein Mechanismus, um den Leistungsfluss zum Getriebe zu unterbrechen, ohne den Motor auszuschalten. Untersuchen wir nun, wie das funktioniert. Der Hauptteil der Kupplung besteht aus einer Scheibe, die auf beiden Seiten mit einem Reibbelag beschichtet ist. Hier sieht man eine vereinfachte Kupplungsscheibe. Diese Scheibe sitzt auf dem Schwungrad. Wenn eine äußere Kraft gegen die Kupplungsscheibe drückt, dreht sich die Kupplungsscheibe aufgrund der Reibungskraft ebenfalls mit dem Schwungrad. Die Eingangswelle des Getriebes ist mit der Scheibe verbunden. Wenn also eine äußere Kraft auf die Scheibe einwirkt, wird die Motorleistung an das Getriebesystem übertragen. Diese äußere Kraft wird von einem Druckplatten-Federsystem bereitgestellt. Die Abdeckung dieses Systems ist fest mit dem Schwungrad verbunden. So wird die Druckplatte fest auf die Reibungskupplungsscheibe gedrückt und die Motorleistung wird an das Getriebesystem übertragen. Aber das ist beim normalen Fahren der Fall. Wie erfolgt also die Leistungsunterbrechung mithilfe der Kupplung? Zum Auskuppeln wird eine spezielle Art von Feder in die Druckplattenanordnung eingeführt. Diese Feder nennt man Membranfeder. Um diese Membranfeder besser zu verstehen, nehmen wir zunächst an, dass die Bewegung der Membranfeder auf diesem Kreis begrenzt ist. Wenn man, wie hier dargestellt, auf den mittleren Teil der Feder drückt, sollte sich in diesem Fall der äußere Teil in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Die Membranfeder sitzt zwischen Druckplatte und Abdeckung. Um diese Anordnung besser zu verstehen, sehen wir uns einen Querschnitt der Struktur an. Der äußere Teil der Membranfeder ist mit der Druckscheibe verbunden. Das heißt, wenn Sie den inneren Teil wie dargestellt drücken, bewegt sich die Druckscheibe von der Reibscheibe weg. Somit wird der Leistungsfluss zum Getriebe unterbrochen. Genau das passiert, wenn Sie das Kupplungspedal betätigen. Ein Hydrauliksystem überträgt die Kupplungsbewegung auf die Mitte der Membranfeder. Wenn die Membranfeder gedrückt wird, wird der Leistungsfluss unterbrochen. Innerhalb dieses Zeitraumes kann man nun den Gang wechseln. Das Kupplungspedal wird nach dem Gangwechsel losgelassen und der Leistungsfluss wird fortgesetzt. Und so funktioniert eine Kupplung. In einer realen Kupplung kann man auf der Kupplungsscheibe einige Sprungfedern sehen. Was ist der Zweck dieser Federn? Sie dienen dazu, die Schwankungen und Schwingungen der Motorausgangsleistung auszugleichen. Die Narbe und Scheibe sind offensichtlich nicht direkt miteinander verbunden. Die Motorleistung erreicht zuerst die Scheibe, wird dann auf die Federn übertragen und schließlich auf die Antriebsnarbe. Dies bedeutet, dass die Federn den Großteil der Leistungsflussschwankungen vom Motor dämpfen und die Bewegungsübertragung zum Fahrzeug somit viel gleichmäßiger ist. Untersuchen wir nun eine äußerst wichtige und schwierige Aufgabe beim Fahren von Fahrzeugen mit Schaltgetrieben. Das Anfahren am Berg Selbst in einem Auto ohne Handbremse können Sie diese Kupplungstechnik verwenden, um am Berg anzufahren. Beim Anfahren am Berg werden bei laufendem Motor zunächst sowohl das Brems- als auch das Kupplungspedal betätigt. Lassen Sie nun teilweise das Kupplungspedal los, bis Sie spüren, dass die Kupplung greift. Das Greifen der Kupplung können Sie an Ihrem Fuß spüren. Es fühlt sich womöglich so an, als würde der Motor zittern. Auch wenn Sie das Bremspedal jetzt loslassen, werden Sie feststellen, dass das Fahrzeug nicht rollt. Die teilweise gelöste Kupplung wirkt wie eine Bremse. Jetzt können Sie das Gaspedal betätigen und das Auto wird vorwärts fahren. Die entscheidende Frage lautet, wie kann die teilweise gelöste Kupplung wie eine Bremse wirken? Dieses Bremsphänomen ist nichts anderes als eine Frage des Kraftausgleichs. In einem kraftmäßig perfekt ausgeglichenen Zustand können die Fahrzeugräder nicht rollen und die Anziehungskraft entspricht der statischen Reibungskraft an den Rädern. Die Fahrzeugräder werden durch ein weiteres Kräftegleichgewicht vom Rollen abgehalten. Dem Kraftausgleich zwischen der Vorwärtsbewegung des Motors und der gleichen statischen Reibungskraft. Wenn man die Kupplung teilweise loslässt und sie beim Greifen der Kupplung das Gleichgewicht hält, wendet man unwissentlich all diese Kräftegleichgewichte an. Wenn diese Kräfte perfekt ausgeglichen sind, können sich die Räder, das Getriebesystem und die Kupplungsscheibe nicht drehen. So wirkt das Greifen der Kupplung wie eine Bremse. Aber denken Sie daran, dass in diesem Fall die Reibungskraft zwischen den Reibflächen die Vorwärtskraft des Motors erzeugt. Dies führt zu einem Verschleiß des Reibmaterials an der Kupplungsscheibe. Wir hoffen, dass Ihnen dieses Video dabei hilft, ein besserer Ingenieur und ein besserer Fahrer zu werden. Bitte unterstützen Sie unsere Bildungsaktivitäten auf patreon.com und vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren. Vielen Dank!